ja und damit willkommen zurück zur baldos g3 ja letzte folge war ja doch ein bisschen spannen mit unserem imparator hier und meiner entscheidung ich würde sagen wir gehen mal durchs portal und dann brauchen wir auf jeden fall mal endlich mal den long rest denn wir haben hier ein bisschen wenig hp sind wir wieder hier okay alles klar dann kann ich ja da endlich die rest machen kann ich auch schon mal looten jetzt gar nichts dabei oder habe ich dich ok komm wir quatschen mal aber du bist vermutlich nicht sehr gut gelaunt ja 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 Das war's war, der wir uns zurückkehlt. Er hat seine eigene Mutter gehört, um einen Krieg gegen Vlachith I zu tun. Er hätte uns gegründet, um die Illithids zu haben. Es war Kithrak Vos selbst, der Prinz schlief in eine furchtbare Kampf. Oder so die Varschis teach uns. Aber die Traité ist mit uns, kontrolliert von dem repugnant Illithid. Obwohl Orpheus frei sein würde, er würde die Vlachith's dominion an seinen Geich-Masters geben. Das Astral-Plane wäre die erste zu fallen. Die anderen würde schnell folgen. Entweder. Vlachith Karsivim Hrath-Krachet. Nur in Vlachith können wir finden Licht. Das ist die Krieg. Ich werde nicht alle 10,000 Protokolle über einen Sovereign-Sekret geben. Wir finden ein Weg in die Prism und schlafen Orpheus. Er ist ein Geich-Puppet, in Githyanki's skin. Und der größte Mind-Master für meine Leute. Ein Wort aus seinem Scheming-Lips, und die Leute würden die Angst. Zwei Worte und sie würden ragen. Zwei Worte und sie würden bowen zu dem falschen Prinz. Die Githyanki wären nochmals Schläge. Und ein und ein und ein. Die Pläne wären auf den Geich. Tja. Um das werden wir uns mal ein bisschen später kümmern. Äh, wir gehen jetzt erst hier erstmal zum Bett. Und ich hoffe, es passiert jetzt nicht nochmal was. War jetzt schon actionreich. Okay, habe ich jetzt wieder? Ja, cool. Ähm. Lagerverlass. Oh, 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 oh. Ich habe da gerade was gesehen. Ich war zu schnell mit dem Lager verlassen. Ab in die Stadt. Habe ich jetzt gerade das Erfolg gekriegt. Wir sind im dritten und letzten Akt. Mal schauen, wie lange der geht. Okay. Okay. Unschuldigung. Ja. Ah, das Ding muss man auch nochmal loswerden. Ne, wir haben ja da dreimal Elytriten-Kräfte. Hmm. Beschwerde um dich oder ein Verbünden, ein flüchtiges Schild, der dann sie 10. Mal Trefferpunkte gewährt. Oh, das ist praktisch. Zeug in dem magischen Nexus, der allen darin erlaubt, Aktionen und Bundesländern beliebig auszutauschen. Hmm. Wenn ein Gegenabstand von bis zu 18 Meter mit einem Zauber auf dich zielt, dessen Grad höchstens deinem Übungsbonus entspricht, kannst du deine Reaktion nutzen, um den Zauber umwirksam zu machen. Uuuuh. Mit der dritten Expertise. Du hast deine Selbstübernehmung vertieft und Expertise in der Überzeugung, Täuschen und Einschätzungskriften erlangt. Attributenzug. Einmal pro Zug, wenn du einen Angriffwurf hast, verringert der Angriff des entsprechenden Attributes Ziel um 1. Das verringerte Attribute ist dasselbe wie... Okay. Krampenpieber. Denizide sind bei Angriffswürfen im Nachteil. Und leiden bei jedem gescheiterten Angriffswürf, sei es zu psychischen Schaden. Wo ist Risiko? Was hier eine Kreatur mit macht, die heilt. Wenn die Kreatur angreift, sie jedoch auch verwundbar durch alle Schadensarten macht. Interessant. Hmm. Jetzt haben wir hier. Gedankenschlag. Schluss eine kunische Welle. Psychische Energie. Aus die Ziele darin möglicherweise betäubt. Ja, das klingt geil. Hmm. Ja, das klingt eigentlich auch geil. Was haben wir hier? Hier. Schwarzes Loch erzüge einen intensiver Schwerkraft, der alle Gegner in der Nähe anzieht und möglicherweise verlangsamt. Hmm. Das ist mein Heil, finde ich auch nicht schlecht. Okay. So. Wo sind wir hier eigentlich? Keine Ahnung. Ich glaube, da hinten ist sie. Oh. Gibt es da Sachen zum Looten? Rucksack. Oh, ja. Trank, her damit. Den Rest brauche ich nicht. Jutesack. Uh. Noch ein Trank. Geil. Hmm. Ne. Ansonsten. War es das fürs Erste. Lass uns mal runter zu dem Dorfplatz gehen. Hier scheint ja... Anything you want. Um. Excuse me. I can't find my mum. She was... Um. She was sick. She had spots on her face and hands. She went to go get some herbs. And she was supposed to come back the same day. That was last 10 days though. Hmm. Das ist wohl wahr. Ja, mal schauen, ob wir die finden werden. Äh... Oh. Oh. Okay. Ich hab so keine Ahnung, was ins Ziel zu machen ist. Soll mal da hingehen? Was lauf denn hier Schönes? The place was empty. Keep those thugs away from my family. Denuvia! Denuvia! Get these squatters out of my house now! Arthur, sweetheart. You paid me and my boys to be caravan guards. Not cattle wranglers. If you want us to get our hands dirty, it'd be our pleasure. But that'll be extra. I just want to remove these unlawful interlopers from my property. Hmm... Iiiich weiß nicht. My point exactly. They're like kobolds. You let one in and soon the place will be crawling with them. I'm a very magnanimous individual, but this is my home. Either they leave, or I'll make them. Hm. Entschuldigung. Ähm. Lass sie bleiben, oder ich mache euch Beine. Nee, wenn sie nicht bleiben dürfen, brennen ich dieses Gebäude bis auf das letzte. Oh. Mal einschüchtern. Na komm, sei doch mal nett. Also, gezwungenermaßen nett. 5, 6, 7, 25. Okay, mal schauen. Oh. Das hat sogar funktioniert. Ah, jetzt sei mal nicht so. Oh, scheiße, ich wollte es gar nicht. Äh, jetzt noch? Ich habe erst neulich einen Avatar für möglichst besiegter, schaffe ich euch mit links. Ähm. Diesen Pirk-Kommling zur Vernunft bringen. Ja. Und das geht's. Das sollte man doch schaffen. Ja, geil. Ja, würde ich auch sagen. Come on, boys. We've got places to be. Und wer kommt auf die Idee, uns beim Lager zu überraschen. Okay. Dann hätten wir das. Mal umgucken. Was hat's denn hier unten so? Redet die nächste Gruppe, die vermutlich irgendwas will. Hm, kann ich hier... Oh, es läuft nie so. Hä? Hä? Alter, was haben die alle gegen Fremde? Oh, dir würde ich gerne in die Klatschen. Ähm. Hm, 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 hm. Oh, okay. Bin ich nicht. Oh, okay, gut. Ähm, wie sieht's denn eigentlich aus so mit Händlern? Ähm, Beschwerde wie die Fassbeckner. Das hat kein Händler-Symbol. Das ist ein Jermaine. Hm. Wir haben ein Gebäude da rein. Ist das da ein Händler? Nö, das ist einfach nur... Du. Du. Turn around and toddle your way right back out of here. Everything in this barn has been donated for the refugees, not you. Now piss off. Hmm. Look around you. These poor sods need all the help they can get. Now are you going to clear off or not? Hmm. I guess you're not all bad. Give it here and I'll make sure it's kept safely with the other donations. 500 Gold. Hmm. Let's see what you've got. Okay, was kann ich ihm jetzt da alles geben? Schlagern an die Scheune. Das war's. Geben wir mal ein bisschen Zeugs hier ab. So. Wollte ich eigentlich verkaufen, aber... So. Tauschen. Ja, ja. Okay. Okay, ja, dann... Gehen wir da mal wieder raus. Also hier... So, wir sollten vielleicht mal hier wieder zusammen sein. Guck mal, Karlach. Bist du hier oben? Oh. Komm mal hier runter, bitte. Und will ich hier nach draußen gehen oder ist das hier Kartenende? Revington. Kann ich vermutlich durchgehen. So, können wir jetzt wieder zusammen sein? Ja, dankeschön. Oh, was zum... Das war bestimmt was Gutes. Was ist hier? Oh. Vielleicht bin ich da nicht lang. Das war's. Turn back, Citizen. No passage in this direction. It's bloodier than a butcher's backyard out there. Piles of dead absolutists, and a few of our own as well. The cultists assaulted the gate, armed to the teeth trying to break in. They nearly had it too, before the steel watch intervened. Oh, okay. Sie sind schon da. Ja, okay, gut, dann... Ja, man geht nicht... Oh, Zirkus. Aber nix hier drin. Oh, was zum... Nein, das glaube ich nicht. Ich will mit dem mal quatschen. Alla. Mm-hmm. Ja, ich will da rein. Das machen wir bestimmt nicht. Täuschen, Baba, einschüchtern. Ich will in den Zirkus. Oh, geil. Oh, liebe Leute, wir gehen in den Zirkus. Oh, wie geil. Okay, er hat schon mal Spaß. Was, was gibt's hier so? Zahle die Mumie. Versuchen, Baba, einschüchtern. 10. Na gut, probieren wir's mal. Wolle ich eigentlich mit Bravura machen. Ähm, ich brauche eigentlich Karschmike. Okay. Nö. Aber... Angefähr ist auch ein Gebot. Oha. Ein Gin? Oh, ich glaube, das habe ich in der Sequenz schon wegsehen. Da tue ich jetzt gerade mal speichern. Ja, das ist... Was? 500 Gold. Hm, was kann ich denn gewinnen? Hm, Jackpot ist was? Alter. Hm, na gut. Ey, ich hab die selber drehen dürfen. Was soll denn das? Hm, ja. Hm. Hm, ja. Du darfst mit mir sprechen, als ob wir gleich waren. Du bist ein Schrapp von Essen in meinen Türen. Die Dschung zwischen meinen Fingernhälen. Du bist nichts. Du bist nichts. Ich fühle mich aber gräschig. Also, ich werde das vergessen und werde dir wieder schlafen lassen. Oder ich kann dich in etwas schlafen. Schöne. Hm. Ich glaube, wenn ich mich mit ihm anlege, dann ist das, was ich vermutlich bei Gamestar mal gesehen habe, dass er mich in eine Käserrolle verwandelt. Ja. Hahaha. Das ist genau das. Hahaha. Ähm. Ja. Wie lange hält das jetzt? Verwandlung. Du bist dann überall auf dem Käserab und schmeichst. Wow. Hahaha. Hahaha. Was genau haben wir da alles gekriegt? Wo war denn das? Ungeheuerter Regenumhang. Der Deck ist ständig nass. Wow. Hahaha. Hahaha. Wie geil. Hahaha. Was kann ich da machen? Käsegestank. Hahaha. Geil. Oh, was bist denn du? Hoppa. Warte mal. Ich rede ich immer mit dir. Oh, oh. Kann ich dich ins Haus gehoben? Hungry lizard. Big lizard. Want a treato? I have lots of treatos. And magics. And junks I finds. Don't worry. I only takes junks from dead people. Natürlich. I is nice. Hm, ja. Zeig mal her. Hahaha. I have lots of stuff. Just for you. Also. Wenn ich so einen Trank, den ich gern hätte. Aber ich kann dir vermutlich mal ein bisschen Ramsch verticken. Äh, so. Hätte ich jetzt mal gesagt. Kriege ich jetzt da Gold? Ja. Okay. Das brauche ich auch nicht. Das lasse ich mal. Silberbahn. Diamant. Okay. Okay. Zu wenig Gold. Oh. Okay. Wie schaut's bei euch aus? Habt ihr noch ein bisschen Ramsch? Jo. Hammer brauche ich eigentlich auch nicht. Sehr gut. Oh, dann hätten wir das auch mal. Ja. Zweimal. Asche. Ähm. Stimmt. Wir bräuchten eigentlich noch irgendwie Vorräte. Hat aber auch nichts. Ja. Wenn du Tränke hast, gibt Bescheid, ne? So, hier. Magier. Uh, sie ist gefährlich aus. Um. Oh. Oh, Lucille. It's Poseid, Grapevine, then pivot step. Uh. You have the grace of my great grandmothers missing leg. Oh. Oh. Boris. Put some sensuality into those lovely hip bones. I know you have it in you. Step. It up. Ähm... Ja. Oh, der Chef. Okay. Ah, so. Ganz groß hier. Ah, witzig. Okay. Was aber hier unten? Oder die... Ich hier angesammelt. Ach, du. Die kennen wir doch. In etwas anderer Form. Kann ich das Haustier haben? Bitte. Oh mein Gott. Oh, scheiße. 15. Ah, scheiße. Mmh... Hatten wir nicht etwas... ... wo wir mit Tieren sprechen konnten? Oh, 16. Geht doch. Weiter. Wow. Wow. Ich töte sie alle, Kätzchen. Ähm... Nein, will ich eigentlich nicht. Ja, komm. Okay. While the cage is sturdy, the lock is old. It could be jammed shut, so not even a key could open it. Nein, wir lassen das mal. Müssen wir mal schauen. Ich dachte, wir hätten das Steinhaut, mit Toten sprechen. Schmieren. 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 Wer hatte das? Hast du das vielleicht gehabt? Schockgriff. Fluch brechen. Gedanken wahrnehmen. Kältestrahl. Krone des Wahnsinns. Fluch brechen. Das gibt's doch nicht. Ich war mir so sicher, dass wir da irgendwas hatten. Dunkelsicht, zerbersten, Unsichtbarkeit. Du vielleicht? Oder hast du irgendwas mit Tieren? Strahle. Kannst du aber die Jüngere mit angelegter Rüstung nicht geübt. So, jetzt müssen wir das mal mit der Rüstung mal kurz checken hier. Ach, ein Umgang mit schwerer Rüstung nicht geübt. Kettenpanzer. Deswegen. Okay. Okay. Ich hab noch mal so mittlere Rüstung. Deswegen immer den ganzen Malus. Okay. Du hast nichts mit Tieren. Du. KI, Wiederherstellung. Springen. Hm. Auch nicht. Du hast mit Tieren. Schatten, Teleportation. Von der Woge. Auch nicht. Ist auch nichts mit Tieren. Die Missionstür. Das gibt's doch nicht. Schlechter. Nee. Hm. Schade. Dann katsch ich mal mit dir. Oh. Don't get too close. Or Crimson here might decide you look tasty. Da will ich einmal ein Haustier haben. Schade. Oh, was ist da? Big Clown? Buddy the dog is my very best friend. Do you know why? Why? Because with him, anything is possible. Wahey! Wow. Can we not find a more pleasant amusement? Gouging out our own eyeballs, perhaps? Did you hear about the Scarecrow who lost a fight? He got the stuff in? Kicked out of him. Wahey! Yeah. You're all such good friends. I've had a wonderful time. But I have to go. Oh. Oh, well. If you insist. How about a magic trick? But first, I need a volunteer with nerves of steel and the heart of a lion. Who will it be? Who? A bloodthirsty rush of fury engulfs you. You want to butcher the crowd, women and children alike, and soak in their innards. It is glorious. You, my special assistant. Come on up. You can't be serious. Oh, my heart. The enthusiasm is too much. Now, up, up, double sharp. Oh, poor buddy will think you don't like him. There? Oh, yeah. Da hat jemand Spaß. Jetzt bin ich gespannt. Oh, sie hasst mich. Now, you're very special. As special as can be. Does anyone know why? Why? You're special, my friend. Because I have a message just for you. Praise the absolute. Oh, was? Ach, du. Ach, du heiliges Schiss. Ähm. Alter, nein, oder? Ähm, 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 ähm. Immerhin einmal Waffe am Boden. So eine Scheiße. Mein Zug. Ähm. Oh. Oh. Ja. Damit ich euch alle hier hab. Nice. Sehr gut. Und weg kann ich jetzt grad nicht. Äh, wow, nice. Ja, da. Hilft mir. Sehr gut. Okay, wir haben jetzt nicht damit gerechnet, dass ich hier einen Kampf hab. Hier kommt die Punchline. Hopp. Na, geil. Ah, was machen wir jetzt schönes? Es sind da so tolle Sondersachen. Psyonische Überladung. Gedankenschlag. Hm. Geil. Schlechter Form bin ich jetzt eigentlich noch nicht machen. fliegen wir gehen wir ein bisschen weg hier zu bänden so was haben hier schönes super und der schuss doppelschlag finde beim vorsicht zu seinem bodenschatten zu bewirken extra aktion bitte nice und auf den hund hat nicht funktioniert okay wir bleiben trotzdem hier stehen sehr gut und gestorben und das war ja mega bettäuschungsbestie ist eigentlich stich angreifen blind ja ansonsten war es das erste mal und ist dran südeli rückt sich los auf die arme katze leider tut mir ein bisschen leid na scheiße na was machst du jetzt hat er mich nicht gefunden so was machen wir hier ja komm draufhauen ganz normal ernsthaft feuerpfeil hier drauf okay sehr gut das war's wir könnten eigentlich noch looten ach manne die arme so feuerpfeil noch da kritik fail schön so so okay flum mal untersuchen ach ne ich glaube das habe ich schon ne oh was ist das klauenhammer drei bis zwölf schaden witzig und nie wird mit dieser waffe ein kritischer treffer genannt müssen sowohl ziel als auch angreifer ein weisheitsrettespuff bestehen und ein nachvoll wirkt auf sie geil äh schminkfarben ne nachricht vom tribunal das soll man vielleicht mal lesen hast du was zu sagen das ist alles okay so liebe kollegen was hat's hier so dabei oh vorräte oh ja das brauchen wir leider nicht mehr das ist die nächste leiche zu himi gell damit okay kein loot mehr schade uh holztruhe aber das wäre stehlen hier oben scheint auch nichts mehr zu sein hey ein bade oh warte mal ist das einer von meinen Leuten hallo so kann ich mit jetzt nicht ja das ist einer von meinen mhm okay ja da hinten ist unser Gin und ansonsten machst du das hier mit dem Zirkus ich glaube nicht dass wir hier noch was mhm doide kurz gucken da hinten geht's nicht weiter so wie es aussieht da waren wir schon mal kurz auf die Karte geguckt Zirkus der letzten Tage okay ja gut dann würde ich sagen wenn wir die Episode mal an der Stelle mal beenden war spannend der kleine Zirkus war ein bisschen was aufheiterndes bis auf das da hinten also mit dem Angriff habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet und vor allem dass die ganzen Leute jetzt hier noch so rückgeblieben sind arme arme Katze dich hätte ich so gern als Haustier also wie gesagt lass doch einen Daumen nach oben da und dann bis bald dem Ball durchs geht ciao ja liebe Leute das ist leider das Ende von dem Video wie immer würde ich mich freuen wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt wie ihr es gefunden habt aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte kommt auch auf unseren Discord Server Link ist da rechts oben gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr bis dann dann euer Brabura bis zum nächsten Mal tschüss tschüss tschüss